Ich bin so aufgeregt, weil ich in den Urlaub fahre. Aber wer passt denn auf meine Haustiere auf? Ich kann ja mal Nicole fragen. Hallo Nicole, danke gut und dir? Kannst du bitte mal zu mir kommen? Super, bis gleich. Tschüss. So meine lieben Tiere, während ich weg bin, wird Nicole auf euch aufpassen. Nicole, wer ist denn das? Kennst du sie? Nein, ich habe auch keine Ahnung, wer das sein soll. So, da bin ich, Barbie. Hallo. Oh, ein Koffer? Verreist du etwa? Ja, Nicole. Ich fahre bis Wochenende weg. Passt du doch bitte so lange auf meine Haustiere auf. Was? Ich soll auf deine Haustiere aufpassen? Das kann ich nicht. Ich habe ja noch nie ein Haustier gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ach, du kriegst das schon hin, Nicole. Ich vertraue dir. Ich muss jetzt los. Tschüss. Hey, Barbie. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Oh je. Jetzt haben wir den Salat. Hihi, Barbie ist weg. Wir haben Narrenfreiheit. Hey, Gidget. Runter vom Bett. Ich bin mir sicher, Barbie erlaubt ihr das auch nicht. Oh, was ist das denn für eine Spaßbremse? Hey, Gidget. Ich glaube, das wird ein langweiliges Wochenende. Hm. Ich habe Hunger. Was war denn das? Oh nein, wie sieht es denn hier aus? Buddy, du bist ein böser Hund. Oh, kriege ich hier denn nichts zu essen? Miau. Weil Barbie nicht da ist, kann ich jetzt an meinen Lieblingsplatz. Miau. Ich mache mir hier ein schönes, gemütliches Plätzchen. Oh, ja. Das ist schön. So, die Küche ist wieder in Ordnung. Mal sehen. Eins, zwei, drei. Da fehlt ja ein Haustier. Chloe ist nicht da. Wo sie wohl ist? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Chloe. Was machst du da in Barbies Schrank? Runter von ihren Kleidern. Chloe. Chloe. Komm da raus. Barbie wird mit dir schimpfen, wenn sie zurück ist. Jetzt muss ich das hier auch wieder in Ordnung bringen. Miau. So, jetzt mache ich zu, damit sie da nicht mehr reinkommen. Miau. Oh, diese Nicole erlaubt einem ja gar nichts. Oh. Ich muss mir für die Haustiere was ausdenken. Ich glaube, sie wollen unterhalten werden. Sonst stellen sie nur wieder Böses an. Hey, ich hab's. Gidget, du badest doch gerne. Wie wär's mit einem Bad? Hat sie gesagt, ich darf ein Bad nehmen? Wau, wau. Das ist ja super. Wuhu. Au, 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 au. Au. Oh, ich glaube, Gidget kann es kaum abwarten, zu baden. Jetzt machen wir dich erst mal schön nass. Das gefällt dir, hm? Au, au, au. Und jetzt kommt das Shampoo. Au, 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 au. Mh, herrlich. Eine Massage. Mh, mh, mh. La, 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 la. So, jetzt können wir das Shampoo wieder ausspülen. Mh, mh, mh. Oh, das tut gut. Dankeschön, Dankeschön, Nicole. Mh, mh, mh. So, Gidget. Und jetzt trocknen wir dich ab. Mh, 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 mh. Das ist ja herrlich. So. Natürlich bürsten wir dich auch noch. Mh, mh, mh. Schön, das tut gut. Mach weiter, Nicole. Und wir föhnen dir auch noch die Haare. Mh, mh, mh. Wau, wau, wau. Freunde, ich glaube, Nicole ist doch keine Spaßbremse. Ich fühle mich wie neu geboren. Hihi. Wau, wau. Buddy, jetzt bist du an der Reihe. Hm, was kann ich Buddy Gutes tun? Hey, du warst doch am Kühlschrank. Hm, vermutlich hat er Hunger. Er bekommt also sein Fresschen. Hab ich richtig gehört? Es gibt was zu fressen? Juhu, juhu, jahaa. Mh, lecker. Das schmeckt mir. So, und was kann ich Chloe Gutes tun? Oh, ich glaube, sie mag es gern bequem. Chloe, schau mal. Wenn ich dir hier dieses Kissen hinlege, ist dein Plätzchen noch schöner und noch bequemer. Miau. Mh, schön weich. Mh, danke schön, Nicole. Miau. Hau, hau, hau. Jetzt bin ich satt. Nicole hat mir ein ganz leckeres Fresschen gegeben. Ah, Zeit für einen Mittagsschlaf. Hm. Hm. Alle sind glücklich und zufrieden. Und was ist mit mir? Ob sie mich wohl vergessen hat? Bau, 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 bau. Keine Sorge, Max. Ich hab dich nicht vergessen. Hm. Ah, mir fällt was ein. Ich mach den Fernseher an. Und du darfst dir eine tolle Tierdoku anschauen. Oh, das ist ja interessant. Da hat Nicole sich was Tolles einfallen lassen. Bau, bau, bau. So, jetzt herrscht Ruhe im Haus. Hm, aber morgen, was mach ich morgen? Ich muss die Tiere ja irgendwie unterhalten. Hast du eine Idee? Schreib's mir doch in die Kommentare. Tschüss. Tschüss.